Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne, Miss? Mit ohne. Stefan, hast du nicht bald Geburtstag? Am 29. Dezember. Welches Jahr? Jedes Jahr. Ich meinte, wann du geboren wurdest. Lass mich raten, du bist als Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gelistet. Meine Bodylotion ist mittlerweile Voltaren und die Ladies, die ich früher immer in der Disco getroffen habe, treffe ich heute in der Apotheke. Einmal die Vier und eine Flasche Doppelherz. Momentchen mal bitte. Stefan, euch Männern macht das Älterwerden ja scheinbar nix aus. Doch, natürlich. Und das spreche ich für viele Vertreter meiner Gattung. Euch wollt ihr jetzt nicht zu nahe treten, Stefan. Alles gut, Anke. Ich meinte ja auch nur das Älterwerden meiner Frau. Also im Jahr 1960 war jeder achte Einwohner mindestens 65 Jahre alt. Heute ist es jeder fünfte und bis 2060 könnte es jeder dritte sein. Jetzt fühle ich mich auch alt. Anke, du hast doch ne Pfirsichhaut wie 19-Jährige. Stefan, findste wirklich? Ja. Also, wie 19-Jährige Pfirsiche? Nach 6499 Euro sammeln Sie L'Oreal Man-Expert-Anti-Aging-Gel-Punkte. Haben Sie eine Biotherm-Kollagen-Beauty-Skin-Creme oder sind Sie im Klosterfrau-Melissengeist-Club? Nein. Dann tankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.